Servus, hier ist die Judith vom Schliersee-Magazin. Heute gehe ich mal mit euch durch den Regen. Was ihr in Schliersee bei Regenwetter machen könnt, das verrate ich euch jetzt. Das schöne am Wasmeyer Museum ist, dass ihr immer wieder in die Höfe reingehen könnt und durch ein wenig unterstellen oder aufwärmen. Ich bin ja auch bei Regen gerne draußen. Macht doch einfach eine Wanderung zur Albert-Lingkwitte oder zur unteren oberen Fürstalm oder auf den Schliersberg. Alles Wege, die auch bei Regen gut begehbar sind. Oder ganz einfach so wie ich um den Schliersee rum. Und wer genug hat vom Laufen durch den Regen, dem empfehle ich eine Busfahrt. Unsere Gäste fahren mit der Schliersee-Gästekarte kostenfrei. Einfach einsteigen, mitfahren. In Schliersee ist immer schön, ganz egal wie das Wetter ist. Bis dahin. Zum